ihr werdet euch sicher fragen was das hier soll naja kassettenrekorder kopfhörer mikrofon ich will was aufnehmen töne aber ganz besondere töne ich habe da nämlich eine entdeckung gemacht da oben im baum da ist ein vogelnest amseln glaube ich und die haben gerade junge gekriegt und jetzt will ich die stimmen von den jungen aufnehmen die das piepsen deshalb habe ich auch das mikrofon vorne an die stange gebaut damit ich ganz nahe ans nest dran kommt aber nicht das ist ja scheußlich was ist was ist denn das für ein lärm so 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 es darf ja wohl nicht wahr sein Das war's. Ja! 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 Das ist doch nicht möglich. Oh, hallo Tode. Entschuldige. Peter, was machst du denn hier? Ich will nicht unbestimmt kommen. Hier? Ja, ne, ne. Irgendwann bei mir. Aber hier im Haus irgendwo spielt jemand entsetzlich laut Musik. Und das muss ich finden, wo das hier kommt. Naja, das weiß ich. Das ist hier unten rechts bei Herrn Breisig. Der macht sein Radio immer so laut. Bei Herrn Breisig? Ist der schon so alt und schwerhört? Nö, ein Opa ist es noch nicht. Aber, weißt du, der hat in der Brauerei gearbeitet. Und zwar da, wo die Flaschen abgefüllt werden. Und in diesem Raum muss so ein Lärm sein, dass der jetzt einfach schwer hört. Und deshalb macht er die Musik immer so laut. Was sollen wir nach vorne tun? Schimpfen, aber mir tut er ja leiden lassen. Ja, genau. Tode, ich habe eine Idee. Halt doch mal eben hier. Das geht da. Ja, gut. So, ich bin gleich wieder da. Das ist klar, das ist klar. Ja, glaube ich. So. Ja, was hast du denn da, Peter? Das hier. Das ist schon sie. Ja? Sag mal, wo wohnt ihr da? Da unten, ja. Gehen wir doch mal rein. Oh. Hallo? Herr Preisig! Ja. Oh, komm! Ja. Ja oder du? Na oder? Ja, komm! Ja! Ja. Ja. Das ist mein Freund, ein guter Bekannter, der Peter Lustig. Wie bitte? Lustig! Wieso? Ach, sagen Sie einfach Peter zu ihm. Ich habe Ihnen da was mitgebracht. Ja, nicht? Dankeschön, das ist ja nett von Ihnen, aber... Das stört ihn draußen bei seinen Tonaufnahmen. Die Musik ist ja weg. Die Musik. Nun setzen Sie das mal auf, Herr Breisig. Na? Aber jetzt. Ich gebe es auf. Den Lärm kann man ja nur wirklich nicht absperren. Ich glaube, ich muss in den Wald. Da kann ich noch Vögel aufnehmen. Also, Karl, leg mal wieder los. Danke dir. Nee, das war nix. Das war einfach zu laut. Es ist überall zu laut. Man hört ja überhaupt keine Ahnung. Also, was habe ich denn da überhaupt gehört? Ja, Papierslärm und dieser... das Luftkammer. Was habt ihr denn da mitgebracht? Noch ein Kassettenrekorder? Geräusche. Geräusche. Geräusche sind da drauf. Ach, habt ihr selber gesammelt? Ich habe die mitgebracht. Und was soll ich jetzt damit machen? Ich soll dir raten. Ach, ich soll dir raten? Ja. Was das ist? Na ja, gut, dann lass doch mal laufen. Tja, was kann denn das sein? Ein paar verrostete Trompeten. Nee. Nein? Ein alter Kinderwagen. Aber es hat so gequietscht. War es ein Tier? Auf dem Bauernhof. Auf dem Bauernhof? Also ein Tier? Ja. Hühner? Nein. Enten? Nein. Ganz nah. Gänse? Ja. Prima. So, dann mal das nächste. Das war eine Kaffeemaschine. Kurz vor dem Explodieren. Nein? Nein. Aber eine Maschine war es. Ja. Ah, ein Presslufthammer, ein langsamer? Nein. Nee, auch nicht. Ja. Ein Staubsauger? Nein. Nein? Aber es hat so gezischt. Moment mal, es hat gezischt. Da könnte also Dampf im Spiel sein. Das könnte eine Lokomotive gewesen sein. Eine Dampflokomotive. Ja. Ja. Aha, ich hab's erwarten. Gut, das nächste. Ja, das ist einfach. Das war ein Glockenspiel und davor war irgendwas. Nein? Kein Glockenspiel? Aber Glocken waren Tiere. Glocken waren richtig. Glocken waren richtig. Und Tiere auch. Na ja, und welches Tier trägt eine Glocke? Eine Kuh? Nein. Ziegen? Ja. Nein. Nein? Ja? Oh, dann waren Schafe. Ja. Aha, das hab ich raus. So, der nächste. Oh, das ist aber schwer. Die können fliegen. Die können fliegen. Flugzeuge? Nein. Nein. Aber es ist ziemlich laut. Ja, sie sind ein großes, ganz großes Volk. Ja. Ein großes Volk, was fliegt? Kenne ich nicht. Manchmal sagen sie auch was. Ach, das sind Tiere. Oder pieken. Pieken, ja. Mücken? Nein. Das tut gemein weh, wenn sie pieken. Na, das können natürlich Wespen oder Bienen sein. Ja, Wien. Wien? Ah, das war es also. Na gut. Habt ihr noch was? Ja. Gut. Und die letzte. Ja, das war wieder eine Maschine. Ja. Eine Baumaschine. Nein. Aber eine große Maschine war es. Es arbeitet auf dem Lande. Es arbeitet auf dem Lande. Es arbeitet auf dem Lande. Eine Dreschmaschine? Nein. Ein Flug? Nein. Ein Mähdrescher? Nein. Ich komm nicht drauf. Soll ich es sagen? Ja? Ein Traktor. Ein Traktor, natürlich. Ja, das war ein Traktor. Habt ihr denn noch mehr? Nein, das war alles. Leider. Aber dann könnt ihr doch noch ein paar mehr Geräusche sammeln. Oh ja. Ich finde das ein schönes Spiel. Geräusche raten? Okay, dann geht mal und bringt mir noch ein paar Geräusche. Oh ja. Dann raten wir wieder. Tschüss. Tschüss. Das könntet ihr übrigens auch mal machen. Greift euch einen Kassettenrekorder und geht mal raus und sammelt Geräusche. Irgendwelche Geräusche. Und die anderen müssen es dann raten. Das macht Spaß. Und ich werde jetzt auch ein paar Geräusche sammeln, nämlich meine kleinen Amseln. Die... Nee. Der arbeitet immer noch da drüben. Das geht nicht. Das ist immer noch zu laut. Ja, Geräusche können manchmal ganz schön ärgerlich sein. Aber nicht nur das. Sie sind auch interessant. Die ist geratter. Es ist überhaupt nicht zu sehen, aber ich weiß genau aus welcher Richtung der Schall kommt. Nämlich von da. Und das weiß ich, weil ich zwei Ohren habe. Man braucht nämlich dazu zwei Ohren. Der Schall kommt ja von diesem Presslufthammer und trifft zuerst auf dieses Ohr. Und dann, weil er ja ein bisschen Zeit braucht, etwas später und etwas leiser auf das Ohr. Und dann weiß das Gehirn in der Mitte genau, woher dieser Schall kommt. Nämlich von da. Schall ist ja überhaupt alles, was wir hören. Stimmen, Geräusche, Klänge von Musikinstrumenten, Töne, Lärm, Krach, Donner. Alles ist Schall. Und Schall entsteht mal dann, wenn irgendetwas ganz schnell schwingt. Wenn ich zum Beispiel eine Stricknadel nehme, sie über die Tischkante lege und dran ziehe, dann schwingt sie hin und her und es gibt ein Ton. Schön, nicht? Die Nadel hat Schall erzeugt. Schallwellen. Ja, man kann Wellen sagen, denn der Schall läuft durch die Luft wie Wellen in einen Teich, wenn man einen Stein reinfällt. Ja, die Wellen laufen in alle Richtungen. In der Luft kann man sie hören und im Wasser kann man sie sehen. Und in der Kaffeetasse auch. Wenn ich mit dem Löffel hier dagegen schlage, dann schwingt auch die Tasse. Das kann man aber nicht sehen. Was man sehen kann, sind die Wellen auf dem Kaffee selbst. Schaut mal hin. Ich habe doch hier irgendwo, ja, eine Stimmgabel. Wenn man die anschlägt, dann gibt es ja einen leisen Ton. Na, dann müsste sie doch auch schwingen. Seht ihr was? Ne. Aber da können wir doch wieder unseren Kaffeetrick ausprobieren. Mal sehen. Ja, habt ihr gesehen, wie es spritzt? Sie schwingt tatsächlich. Aber sie ist sehr leise. Ja, da weiß ich aber wieder einen Trick. Wenn man nämlich jetzt die Stimmgabel auf den Tisch stellt. Ah, da ist es schon sehr viel lauter. Weil nämlich jetzt die Schallwellen von der Stimmgabel in die Tischplatte gehen. Jetzt schwingt der ganze Tisch und funktioniert wie ein Lautsprecher. Nochmal. Ja, ein schöner Ton. Wenn nun der Schall von der Tischplatte durch die Luft an mein Ohr kommt, dann könnte ich doch eigentlich gleich meine Ohren auf den Tisch legen. Und dann würde ich viel besser hören, was auf dem Tisch vorgeht. Ja. Zum Beispiel das hier. Das ist ziemlich leise. Aber jetzt. Ja, viel lauter. Das heißt also, dass der Schall durch feste Sachen viel besser durchgeht. Durch Holz, durch Eisen und durchs Wasser. Wenn ihr mal unter Wasser in der Badewanne die Ohren aufsperrt, was ihr da alles hört. Und dann gibt es noch die Geschichte von den Indianern, die ein Ohr auf die Schienen legten und dann Züge hören konnten, die noch ganz weit weg waren. Die mussten natürlich ihren Kopf ziemlich schnell wieder wegnehmen, wenn der Zug... Ei, 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 ei. Da könnte ja was passieren. Was ist denn du, Leute? Das spinnt ja. Ich bin doch schon auf. Was soll denn das? Das ist auch so ein Problem. Wie bremst man Schall, hm? Ist doch viel zu laut. Einmal drüber. Ne, ist noch lauter. Weil der Schall ja noch besser durch feste Sachen durchgeht. Ah, was Weiches. Ja, mal sehen. Ja, das hat funktioniert. Weiche Sachen bremsen den Schall. Ist das schön ruhig. Ja, so müsste es immer sein. Jetzt könnte ich sogar meine Amseln aufnehmen. Tja, warum eigentlich nicht? Ja, was ist denn nun schon wieder los? Was soll denn der Lärm nun schon wieder? Also wirklich. Ne, jetzt habe ich die Nase voll. Jetzt wehre ich mich. Ja. 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 Fertig, meine… starten, Sie lieben. eine Krachmaschine. eine Krachmaschine. Wenn alles so laut ist, dann möchte man doch auch mal selber. So richtig, nicht? Und die kann noch mehr. Ihr werdet es ja sehen. Jetzt habe ich erstmal eine Verabredung. Die Verabredung. Ich kann Sie nicht hören, hier ist so ein Lärm. Was Sie hier für einen Lärm machen. Ach so, ist das verboten? Ich meine, haben wir verbrochen? Das, was Sie hier mit den musikalischen Freunden eben veranstaltet haben, das nenne ich ruhestörenden Lärm. Nach dem Gesetz ist das verboten. Ja, aber Herr Wachtmeister, welche Ruhe sollen wir denn hier stören bei dem Lärm? Sie haben ganz absichtlich Krach gemacht. Und das ist ruhestörende Lärm. Also lassen Sie sich nicht nochmals dabei erwischt haben. Nehmen Sie Musikstunden, üben Sie fleißig, dann vielleicht. Aber vorher nicht, verstanden? Gut, Herr Wachtmeister, machen wir. Komm, Kinder. Ach Leute, unser Konzert war ja doch ganz schön laut. Na ja, Spaß hat es ja auch gemacht. Aber für die Leute da da hinten war es natürlich doppelt laut. Die mussten jetzt den ganzen Schall und Lärm durcheinander her. Bloß weil wir Spaß hatten am Krach machen. Na ja, was kann man bloß gegen den vielen Lärm machen? Ich weiß es. Ausschalten wie ein Fernseher. Einfach ausschalten wie ein Fernseher. Ja, das wäre schön. Also gut, zuerst mal die Autos. Und Morbid und Motorräder aus. Alle Maschinen und Kräne auf den Baustellen aus. So was Ruhiges gibt's ja nur im Raum. Schlimm, nicht? Da fällt mir die Geschichte von Papa Pauli ein. Der musste sich auch allerhand Ärgerliches anhören. Die geheimnisvolle Geschichte begann, als Papa Pauli durch den Stadtpark spazierte. Er pfiff ein lustiges Lied vor sich hin, wie man das tut, wenn man guter Laune ist. Und dachte an nichts Außergewöhnliches, als plötzlich etwas Außergewöhnliches geschah. Irgendjemand pfiff sein Lied hinter ihm her. Und zwar ziemlich laut und unvorstellbar falsch. Empört drehte sich Papa Pauli um, aber er konnte niemanden sehen. Aha, dachte er sich, hat sich der Kerl hinter einem Baum versteckt und veralbert mich. Aber auch hinter, neben und auf den Bäumen und Büschen konnte er nichts entdecken, außer einen fest verschnürten Pappkarton auf einer Bank. Und was soll man nun dazu sagen? Als Papa Pauli wieder sein mittlerweile etwas Ärgerliches lieb, pfiff, pfiff der Karton zurück. Aha, überlegte Papa Pauli, wird wohl ein pfiffiger Spaßvogel drin sein. Und er hob den Karton vorsichtig hoch. Da machte der Karton ein so furchtbares Gebrüll wie ein zwölf Meter großer Löwe, den man auf den Schwanz tritt. Papa Pauli ließ ihn schleunigst wieder fallen. Seltsam, dachte Papa Pauli, ein Vogel ist es nicht und ein Löwe passt nicht in einen Karton. Er musterte ihn aufmerksam von allen Seiten und versuchte, durch eines der kleinen Löcher im Deckel zu gucken. Da hüpfte der Karton ans andere Ende der Bank und aus seinem Inneren ertönte nacheinander ein Triff, ein Brüllen und zuletzt ein höhnisches Gelächter. Verflixt, sagte Papa Pauli und kratzte sich nachdenklich am Kopf. Und der Karton sagte und hüpfte einmal kurz in die Höhe. Kurzum, dem Papa Pauli wurde die ganze Geschichte zu merkwürdig. Und auch ein wenig peinlich, weil nämlich ein Parkwächter des Weges kam. Er wollte gerade unauffällig davon spazieren, als der Karton laut klärte, worauf der Parkwächter Papa Pauli den Karton hinterherbrachte und sagte, Hallo, Sie haben Ihren Karton vergessen. Papa Pauli klemmte den Karton unter den Arm, bedankte sich höflich und beschloss, auf all den Schrecken erst mal einen Beruhigungsschnaps zu kippen. Der Karton fand diesen Entschluss ebenfalls sehr vernünftig und Pfiff zufrieden. Im Gasthaus stellte Papa Pauli den Karton auf die Theke und bestellte einen Schnaps. Doch kaum bückte sich der Wirt nach der Flasche, gröhlte und randalierte der Karton wie eine Horde betrunkener Holzfäller. Mein Herr, sagte da der Wirt, Sie grölen ja wie eine Horde betrunkener Holzfäller. Verlassen Sie sofort mein Lokal und nehmen Sie den Karton da mit. Und auch die Polizei wollte den verfixten Karton nicht behalten, da er ständig wie eine Sirene heulte und auf alle Anordnungen und Verwarnungen pfiff. Ja, selbst im Postamt wurde Papa Pauli seinen komischen Karton nicht los, denn der Beamte wollte kein Schnellpaket nach Australien annehmen, das ständig Kuckuck schrie und sonstige Beamtenbeleidigungen. Der Bettler an der Ecke lehnte die milde Gabe entschieden ab, weil das fröhliche Gekicher aus dem Karton das ganze Geschäft verpatzte. Da nahm Papa Pauli den Karton kurz entschlossen mit nach Hause, um dem festverknoteten Geheimnis endlich mit einer Schere auf den Grund zu gehen. Allerdings, was wirklich in Papa Paulis Pappkarton steckte, hat man nie genau erfahren. Man hört nur hin und wieder äußerst lustiges Pfeifen und Singen aus dem Haus, das Brüllen von Löwen, das Gröhlen von Holzfällern, das Heulen von Sirenen und jede Menge Lachen. Und ab und zu kann man Papa Pauli beobachten, wie er aus der Tierhandlung eine Schachtel Papageienfutter holt. Apropos Papagei. Ich weiß jetzt, wo ich meine Vogelstimmen herkriege. Ich weiß jetzt, wo ich meine Vogelstimmen herkriege. Hand�를 an es an er W Megel Ent には , man Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, also sowas, das gibt's doch auch. Das ist ja auch so schöne Füße. In Bäume gibt's nicht. Und was weiß ich. Das ist aus hier. Und in den Ohren. Also abschalten. Heute kommt nichts mehr. Ich auch.